hallo und herzlich willkommen zu einer runde world of warplans oh happy birthday wer hat geburtstag ich habe nicht geburtstag okay mir wurde gesagt da wollte jemand gerne mal wieder world of tanks jetzt wollte ich gerade sagen world of war tanks ist aber falsch world of tanks sehen aber allerdings dass es jetzt noch die heute und morgen ein game gibt habe ich mir gedacht mache ich jetzt erst mal world of warplans und nächste woche world of tanks jetzt sehe ich hier sind torten zwei jahre seit kauf habe ich da schon so lange nicht mehr gespielt okay einmal habe ich das ja noch mal kurz angespielt um euch das zu zeigen was für spiele ich habe einen neuen platz aber anscheinend habe ich schon ewig lang nicht mehr hier gespielt ne wartung hangar ne forschung da waren die anderen fliege auch frankreich ist auch neu auch erst nur kauf flieger britain usa russland und deutschland 1 2 3 4 5 also da haben wir fünf fraktionen das war glaube ich hier elite die es gar nicht mehr gibt schauen wir mal nach den i5 und pegasus bei russland forschung oder ist es eher die fünf ne den gibt es war ich den noch gleich wieder verkaufen pegasus ne pegasus ding hab's nicht mehr okay den i5 gibt es noch warum habe ich den denn hier drauf drin ich weiß es nicht hm äh wartung verbesserung ist das ja ne ich glaube den können wir rausschmeißen ich glaube den brauchen wir gar nicht mehr warum ist der i5 noch drin ne den habe ich geschenkt gekriegt weil ich halt die alpha version gespielt habe und das ja jetzt die beta version äh so und der das ist von den amerikanern ne der ja abg 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 sternti und ganz viel sternti müsste Ammi sein den habe ich doch auch oder nicht ne ist kein Ammi was war ich der Britte japaner japaner deutscher hm keine ahnung wo der SSR was auch nicht geht denn das hier weg ach mal drauf drücken na dann ach da ist er noch 75 mm level 3er level 2er ja egal so ich würde mal sagen wir fangen mal gleich an mit mit wem fangen wir an machen wir hier mal mit der Torte so zwei jahre nicht gespielt dann müssen wir den doch jetzt mal schnell spielen ich hoffe mal ich finde ganz schnell eine runde hm sehr viele leute spielen gerade nicht 28 19 in der warteschleife 20 naja aber ich dem einzelnen wird das nicht dauern was habe ich denn gehabt für einen bei level 5er ne hm oh da gehts los ich bin Werder das ist ein level 6er glaube ich das ist level 5 level 6 na ich spiele ein level 6er den besten überhaupt in dieser Runde das ist meiner und ich muss eigentlich gegen den kämpfen den muss ich abschließen ich glaube das zeichen was ich habe die raute das ist glaube ich ein Flugzeugweger da springen und verwehrt hast du so wir starten ganz unten links auf der minimap oder unter rechts auf der minimap können wir sehen dass wir unten links starten so ok erstmal gucken wie das noch ging hier ich habe nur Maschinengewehr keine Bomben also W war der Turbo also muss ich schon mal ganz weit oben fliehen Motorwills abkühlen lassen kühl schneller ab das war der erste vielleicht nicht da kommt der nächste ne so ah komm mehr ran komm mehr ran kriege dich ich kriege dich ich kriege dich ich tue mich gerade weg komm komm mein eigener Mann erschossen na gut nehmen wir den Bomben ja Hilfe 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 Irgendwie mich der Gegner nach vorne. Nein! Schießt er nicht auf mich? Ein dummer Bomber schießt er auf mich? Kann doch nicht sein. Ich bin noch viel beweglicher wie der. Wo kommt jemand? Scheiße! Nee! Ah! Das brennt! Na ja! Ich glaube ich habe zwei Stück abgeschossen war das. Das müsste erstmal reichen für den Anfang. Das tat weh. So, jetzt können wir mal schauen, wer Gegner hat. Nur noch vier und wir haben auch noch vier. Ah! Ja! Ich bin lieber zurück geflogen und dann irgendwie... Wird da denn eine Bombe rein? Naja! Escape! Zurück zum Hangar. Ich probiere nochmal schnell eine Runde zu spielen. Zu starten mit den anderen Deutschen. Mit den Bomber? Bomber? Ne, machen wir die andere Torte. Mit dem? Mit dem? Mit dem? Mit dem? Mit dem? Ich glaube mit dem konnte ich damals auch richtig gut. Das war es zwar jetzt so ein Schlacht... Wie heißen die? Ah! Schlachtflugzeug war das jetzt... Aber ich glaube mit dem kam ich ganz gut zurecht. Ach ne, war kein Schlachtflugzeug. Das war mal wieder ein Jäger. Ein Jäger. Sobald ich weiß, kam ich mit dem russischen Schlachtflugzeug sehr gut zurecht. Wobei der hatte... Der hatte nämlich... Eine ganz starke Panzerung. Komischerweise Flieger und die Boote und die Panzer haben irgendwie immer eine ganz starke Panzerung. Und machen auch immer sehr viel Schaden, aber die Genauigkeit ist meist nie so präzise. So, dann sind wir jetzt mal wieder mit dem Jäger unterwegs und suchen einen Pfeil. Keine Bomben. Die leertes Wand. Aber um schon hoch. Auf 2000 Meter. Oh, um angekommen. Oh, Luftwiderstand ist schon niedrig hier oben. Feindkontakt. Da ist schon ein Bomber. Wir knöpfen uns aber erst die Jäger vor. Rechts. Spaß! Waaah... Auf geht's mir! Motor beschädigt... ... wird nicht gleich kaputt... ... ... ... muss man noch vielleicht ich muss mich verstecken Hilfe Nein schießt mich nicht ab nein ich wollte gerade nach links um die Kurve fliegen aber da hat mich dieser Horst doch neu erwischt na gut das war eine ganz schnelle Runde die sieht auch schlecht für uns aus die Eintritt war besser aber naja ich glaub die Eintritt haben wir auch verloren jup verloren dann noch ein Gefecht na gut ich sag mal jetzt werde ich auch nicht weiter spielen weil es ist gerade 0 uhr 27 und ich muss gleich wieder aufstehen naja also das war eine Runde wort auf wort plans wir können mal ganz kurz hier in der Forschung nachschauen dem P40er was für deutsche Flieger habe ich denn hier ich habe hier den BF 109 und den FV äh FW fw egal egal der Elite 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 der nicht warum ist der kein Elite der ist Elite nicht an den da das soll nicht feigen ach das haben wir auch wurde da soviel verändert oder kam neu dazu ich glaub der kam neu dazu so die Japaner können uns noch mal anschauen Forschung Japaner das von nur 1 die sind alle Elite 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 aber ich wollte ja jetzt erst mal hier diese reihe dann unter spiel ja hier habe ich um den wo den und den bauch ich den das verstehe ich nicht den hausweg wird man jetzt sofort anger das ist der hier rechtsklick verkaufen weiß nicht warum ich die noch hatte aber jetzt habe ich den nicht da kriege ich ja gar nichts für damals hat ich den behalten ach ja auch bedaufe das sind recht okay schau mal hier nach den gibt es nicht mehr und den noch mal nachschauen das die japaner was ist denn das für ein zeichen könnte china sein japaner das japaner könnte chinesen sein china da steht aber nicht bei japaner ein amerikaner ich habe ein amerikaner ein japaner und zwei briten ein russen und zwei deutsche ein russen und zwei deutsche so wir können jetzt mal schnell einen neuen kaufen den p40 ein lager kaufen kaufen so jetzt haben wir noch mal ein amerikaner gekauft ich habe auch noch einen russen gehabt der ist auch weg bestimmt habe ich dafür den einen gekriegt den level 1 besser ich hatte doch hier so ein den hätte ich doch gehabt nager kaufen 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 ja wohl so jetzt dürften wir kein Platz mehr haben zwei plätze neun neun kaufen kostet gold nein machen wir nicht so den gibt es nicht mehr das ist glaube ich der chinese den gibt es glaube ich auch gar nicht mehr warte ist doch der haf haf warte ich weiß es nicht na gut morgen will ich noch mal richtig nachschauen morgen will ich besser gesagt richtig spielen jetzt haben wir den gespielt und den einen hier gespielt die weinen können wir morgen mal da ist noch eine torte eine torte spielen ja diese eine torte auch spielen so ich hoffe euch die folge gefallen mir mir würde freuen wollte ich sagen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal wieder dabei seid bis dahin wünsche ich euch viel spaß und auf wiedersehen tschu 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 tschu